Meine Damen und Herren, Sie haben vielleicht auch gesehen, da vorne eine Kamera, herzlich willkommen an die Kolleginnen und Kollegen von den Medien, aber da ist vielleicht dann mein Warnhinweis mal wieder angebracht. Sie wissen, es gibt bei den Kameraden immer so Tricks, wenn die Bilder nicht richtig zusammenpassen, dann macht man sogenannte Zwischenschnitte und da nimmt man dann natürlich gerne auch mal Zuschauer ins Bild, muss Ihnen sagen, Sie da auf den etwas vorgerufenen Plätzen, die im Licht sitzen, sind da ganz besonders gefährdet. Deswegen, mein Tipp, sollten Sie mit jemandem hier sein, mit dem Sie nicht hier sein sollten, noch können Sie sich umsetzen. Falls Sie es nicht verstanden haben, haben Sie gesagt, er wurde ein bisschen älter und deswegen wollte er nicht mehr so weit laufen müssen. Bedauern wir Ihnen jetzt alle mal wieder einsam? Aaaaaah! 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 Vielen Dank.